Hallo, mein Name ist Kerem. Und wenn ihr das hier seht, bin ich schon tot. Das ist meine Schwester Leila. Sie ist mit einem deutschen Mann zusammen. Sie hat abtreiben lassen. Sie ist vom Glauben abgefallen. Darum hat meine Familie beschlossen, dass ich sterben muss. Und zwar hiermit. Ich soll sie töten. Das ist Richard. Richard ist der Mann, den ich liebe. Ja, ich bin schwul. Aber das weiß niemand, außer Richard und mir. Meine Mutter würde Gott verfluten, dass sie gleich zwei perverse Kinder geboren hat. Mein Vater würde mich totschlagen. Aber ich liebe meine Familie. Ich will kein anderes Leben als das hier. Aber ich liebe auch Richard und meine Schwester. Ich weiß keinen anderen Ausweg mehr. Mutter, Vater, ich werde diese Waffe benutzen. Aber nicht so, wie ihr sie es gedacht habt. Ich werde mein eigenes Leben werden. Keinen anderen Weg. Warte! Ich kann es nicht mehr ansehen. Lass uns gemeinsam sterben. Mein Richard, ich liebe dich. Ich erschieße dich nicht. Ich meine es ernst. Lass uns noch einmal küssen und einander versprechen, dass wir uns immer lieb werden. Komm her. Richard, ich werde dich immer lieben. Beim dich immer lieben. Mann, Alter, ist das eklig, Mann. Abbruch. Eins, sechs, Schlussklappe. Mann, ich bin nicht schwul, Alter. Du, komm her. Arbeite mal ein bisschen an deiner emotionalen Erinnerung. Geh mal zurück an einen Punkt in deinem Leben, wo du etwas sehr geliebt hast. Du hast es doch mit deinem Coach erarbeitet. Du, ich glaube nämlich nicht, dass irgendjemand hundertprozentig homo oder hetero ist. Find mal deine schwule Seite. Alter, willst du sagen, ich bin schwul oder was? Ja, na klar, bist du teilweise schwul. Das ist doch klar. Alter, ich bin nicht teilweise schwul. Klar. Also, wenn dir dein Gefühl sagt, du bist nicht schwul, dann können wir das natürlich ändern. Ja, nee, das können wir eben nicht. Dann funktioniert das Ganze ja nämlich nicht mehr. Ach so. Stimmt. Weißt du, was ich, glaube ich, irrsinnig emotional wäre, wenn du an dieser Stelle sagen würdest, ich schwöre beim Leben meiner Mutter das und sag nichts über meine Mutter, Alter. Ich hab doch gar nichts über deine Mutter gesagt. Alter, erst sagst du, ich bin teilweise schwul und dann beleidigst du meine Mutter? Ficke dich. Ey, Kerem, das finde ich jetzt nicht gut von dir. Abbruch. Eins, sechs, Schlussklappe. Ich weh getan, warum muss ich immer den Asokan-Nacken spielen, Mann? Danke, Conny. Lässt du mich mal? Ganz kurz mit meinem Schauspieler eine Minute allein. Kommt jemand zusammen so. Alles klar, Mann? Ja, ja. Das war noch nicht so gut, hab ich selber gemerkt, ne? Machen wir gleich noch mal. Richard, denk dran, du bist schwul. Patrick, dieses samtweiche Sozialpädagoge-mäßig. Jetzt will ich einfach noch viel, viel mehr hören, ja? Gut. Kerem, pass mal auf. Spielen wir doch mal bitte diese gesamte Aggression einer türkischen Großfamilie, ja? Entschuldige mal, ist das nicht irgendwie sehr rassistisch? Der Klischee-Türk ist schwulenfeindlich und rastet aus, sobald man seine Mutter erwähnt? Ich weiß nicht. Und er ist der klassische deutsche Schauspieler. Ist schwul, labert scheiße und der Neger hat eh nichts zu meinen, also... Hey, Moment mal. Leute, darum geht's doch. Um Klischees, ja? Aber wenn wir hier einen Spot gegen Rassismus drehen, sollten wir vielleicht nicht selber rassistisch sein. Willst du mir vorwerfen, ich sei rassistisch, ja? Der Verdacht liegt nah. Es gibt nur das alltägliche Drama eines jungen Mannes, der durch falsch verstandene Liberalität, die den Anreiz gefunden hat, sich in der Gesellschaft wirklich zu integrieren, ja? Das sind genau die Tarnmanöver, hinter der sich alte und neue Nazis verstecken. Hast du eben Nazi gesagt, ja? Du hast mich schon gehört. Komm mal runter hier. Misch dich da nicht ein! Halt! Hey Leute, Streiten ist echt scheiße. Ich hab' ne Idee. Lasst uns konstruktiv sein. Wir schreiben das Drehbuch um. Super Idee! Improvisation! Wir brechen die Illusion! Dann red' dich über meine Mutter! Halt! Leute, denkt ihr, das wär' deutsche Realität? Hört auf mit der Schwarz-Weiß-Malerei! Die Gesellschaft ist längst bunt! Und Leute, echt. Ihr habt wirklich recht. Das ist viel geiler als der Quatsch, den ich mir am Schreibtisch überlegt habe. Ja! Es ist nie zu spät. Für die Realität! Eins, zwei, drei, vier! Playback ab! Musik? Scheiße! Abbruch! Eins, sechs, Schlussklappe! Äh, sorry! Ich hab' hier grad'n Stromproblem! Kann man das irgendwie lösen? Nee, ich sitz' hier rum und warte, dass es sich selber löst. Ja. Lass uns doch noch alle ne Probe machen. Vielleicht sollten wir einfach mal eine drehen. Ne ganze, Anna, ja? Ich verspreche euch, die nächste wird's. Und ich find's super, dass ihr bis jetzt durchgehalten habt. Und ihr auch. Super Team! Anna, du machst das auch wirklich ganz, ganz toll. Ich muss nur jetzt wirklich meine Tochter abholen, ja? Und vielleicht ist es ja auch gar nicht so schlimm, wenn eine Iranerin fehlt, oder so? Anna, ich bin auch schon ne Stunde zu spät. Vielleicht kannst du das Schlussbild ja ganz ohne Iranerin machen, ja? Wir sind ja eh nur der Integrationshintergrund. Ja, genau. Wart mal. Ich hab' irgendwie wahnsinnig Hunger. Haben wir noch Brötchen? Nö. Ich muss auch langsam mal los. Ähm, kannst du nicht vielleicht aus dem, was wir bis jetzt haben, was zusammenschneiden? Ja, mach doch. Ja, nee, weil das Konzept ist ja, dass wir alles, alles in einer Einstellung machen. Ja, aber, aber ist es nicht denkbar, also, angesichts einer Drehzeit von 13 Stunden. Also, dein Konzept ein wenig zu modifizieren. Also, ganz ehrlich, wir Deutschen haben doch den Ruf, dass wir total gut organisiert sind. Da können wir doch von uns selber eine Scheibe abschneiden. Hast du gerade wir Deutschen gesagt? Ich kann auch wir Norweger sagen, wenn du Bock drauf hast. Lass uns einfach noch ganz schnell eine drehen, okay? Auf Anfang! Anna. Ich hab noch keinen Strom. Du hast es ja schön gemacht. Ich muss los. Meine Yoga gut, wartet auf mich. Bis dann. Ciao. Leute, wartet mal. Wartet! Das hier ist nicht irgendein Film. Das ist ein Projekt, das uns alle angeht. In dem Land hier läuft gerade echt was schief. In den Medien wird Panik gemacht und Hass geschürt. Und das hier ist unsere Chance, zu zeigen, was wir wirklich denken. Wir hoffen alle, dass sich da mit in den Köpfen was ändert. Ich frag euch, wollen wir unsere Chance ergreifen und das jetzt hier zusammen durchziehen? Bist du wirklich Yoga-Lehrer? Nein, ich bin Schüler. Also scheiße. Anna, was ist eigentlich dein persönlicher Bezug zum Thema? Genau. Hast du einen Migrationshintergrund? Du bist Deutscher Mittelstand. Warum machst du einen Film über Integration? Ja, und auch, dass hier die Ebene sich immer wieder als Projektion entlarvt, das finde ich irgendwie sehr pädagogisch. Was? Anna, ich finde dich talentiert. Warum machst du denn nicht Berliner Schule und laufst dann mit in Cannes? Verstehe ich nicht? Schatzi, 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 schatzi. Ich muss los. Nein, ich auch noch. Kirchenchor. Strom ist wieder da. Guten Tag. Kann ich mal Ihre Drehgenehmigung sehen, bitte? Andi. Der ist gerade Brötchen holen. Oh Mann. Gibt's nicht so eine allgemeine Drehgenehmigung für Hochschulfilme? Nein, aber in dem Wohnzimmer vielleicht. Also echt. Anna, krass. Das ist jetzt fast zwölf Stunden für nix und wieder nix. Ich sag dir ganz ehrlich, das ist mein allerletzter Hochschuldreh. Ich bin 42. Ich möchte aber auch mal wahrgenommen werden auf eine andere Art. Anna. Nimm's nicht so schwer. Richard. Ja. Ruhigchen sind wieder da. Strom. Können wir drehen? Wir können nicht drehen. Guck dich mal um. Sind alle weg. Aber. Anna, ich bleib doch mal nach. Ich bin noch da. Ich darf jetzt das Ziel weg. Kannst du Regie machen? Ich? Ich mach den Monolog und improvisier ein Ende. Also. Okay. Ton? Ein. Klappe? Schon Feierabend, ne? Achso. Ja, okay. Eins, 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 die zwölfte. Andi, du stehst im Bild. Du musst bitte sagen. Bitte. Jetzt sag ich euch, was euer Problem ist. Euer Problem ist, Alter. Scheiße, Mann. Fahnen verloren. Können wir schneiden? Schneiden? Äh, nee. Weil das Konzept ist ja eigentlich, dass wir nicht schneiden. Euer Problem ist, ihr denkt, das hier ist ein Film. Und in jedem Film, wenn man die Waffe einmal gesehen hat, wird sie auch benutzt. Aber das hier ist kein Film. Das ist hier die Realität. Und in der Realität liegt die Waffe irgendwo in der Schublade und wird nicht benutzt. Aber dafür passiert irgendein anderer Scheiß, Alter. Und mit dem Scheiß kommst du am besten klar, wenn du integriert bist. Also integriert euch. Also integriert dich in dein Kinosessel. Und dann geh raus und integrier dich in die Menschenmenge. Und dann geh eine Bar und integrier ein Getränk in dich selber. Und dann geh zu deiner Freundin nach Hause und integrier dich in deine Freundin. Und zusammen integrier dich in euer Bett. Und dann stehst du morgens früh auf und integrierst dich in dein Badezimmer. Und danach in den Straßenverkehr. Und wenn du jemanden siehst, ist der nicht integriert ist. Dann integriert ihn. Kann man das so machen oder? Äh, keine Ahnung. Und wenn ihr denkt, ich habe keine Ahnung ist das falsch. Und wenn ihr denken, ich habe Ahnung ist das genauso falsch. Und wenn ihr denkt, ihr habt Ahnung ist das sowieso falsch. Und wenn ihr denkt ich bin Türke ist das falsch. Und wenn ihr denkt ich bin Deutscher ist das total falsch. Und wenn ihr denkt ihr seid Deutsche ist sowieso falsch. Und wenn ihr denkt falsch ist falsch, ist auch falsch. Und ich sage euch nur eins. Zieht euch warm an. Nehmt die Beine in die Hand und integriert euch. Scheißegal in was und in wem. Denn wer sich nicht integriert, kriegt ein massives Problem. Auf die Plätze. Fertig. Fertig. Ich kann nicht akzeptieren.